Der Orden der Maria Vieten wurde 1886 in Polen gegründet und seit mehr als 150 Jahren ist er auch in Deutschland vertreten. In einem alten historischen und denkmalgeschützten Gebäude im Severinsviertel von Köln kümmern sich Pater Norbert und sein Team liebevoll um hilfebedürftige Personen, vollkommen unabhängig von ihrer Herkunft oder Konfession. Aktuell leben 27 in Not geratene Menschen bei den Maria Vieten. Ein Großteil davon sind Aids-Erkrankte, die durch den beherzten Einsatz von Pater Norbert und seinen fleißigen Helfern ein neues Zuhause gefunden haben und dort ganz viel Nächstenliebe erfahren. Nachdem ich Pater Norbert 2011 bei einer Trauerfeier persönlich kennenlernen durfte, habe ich mich dazu entschieden, ihn und seine sinnvolle Arbeit aktiv zu unterstützen. In dieser wunderschönen kleinen Kapelle hier in Köln komme ich gerne hin zum Beten. Ich habe eine Hilfsinitiative gegründet und rufe seitdem bei meinen Konzerten zu spenden auf und gebe außerdem noch von meinen aktuellen CD- und DVD-Verkäufen jeweils 1 Euro an den Maria Vieten-Orden weiter. Maria Vieten Untertitelung des ZDF, 2020